Hallo zusammen, willkommen zurück bei PortalRevolution Ja Ähm Genau, hier ging's weiter Oder hier geht's weiter besser gesagt und Jetzt geht's an die Oberfläche anscheinend Mal schauen was uns da erwartet Vielleicht bisschen Sonnenlicht wieder, bisschen Vitamin D Okay Last chain The surface elevator is right after Just don't look down Or fall down either That shaft goes all the way to the bottom Uiuiui Alright So Also wieder irgendwas mit Springen Okay Dann Oh shit Ähm Okay, da, okay, gut Gut, gut Was gibt's, was gibt's denn da eigentlich? Ist das nur so ne Deko? Wieso nicht? For my sake, please You're gonna give me a heart attack Okay Dann vielleicht so Oh Direkt auf meinen Kopf Sag mal geht's noch? Okay So, wie kommen wir denn überhaupt wieder Zurück Anrufe Anrufe Das kann nur noch nicht anrufe Kon Aus beaks Anrufe 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 Ich meine, ich kann da drauf. Aber wo soll's dann hingehen? Okay. Ah, da geht's hin. Ja. Ja, spannend, wenn man da wirklich nicht mehr hochkommt. Sehr, sehr spannend. Oder was, was übersehe ich denn jetzt hier? Ach, da. Ah, ne, doch nicht. Hat das aber süß so aufgezeichnet. Was soll ich da mit der Lichtflöcke tun? Oh Gott. Was soll ich da mit? Was soll ich da mit? Was soll ich hier hin? Ähm. Okay, ich glaub, da soll ich nicht hin. Gut zu wissen, dass es da nur, äh, ja. Keine soliden... ...löcke sind. ...löcke sind. Also aktuell bin ich... ...wirklich zu blöd. Soll ich den... ...soll ich den da irgendwie hochschwunzen? Ach so, hier... ...da kann man doch zurück... ...mein Gott, das sieht man ja so nicht. Wieso, wieso muss das denn da oben sein? ...löcke sind. ...löcke sind. ...löcke sind. ...löcke sind. Okay, okay. ...löcke sind. Da wollte ich nicht hin. Ah doch, 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 doch. Hier wollte ich hin. ...löcke sind. ...löcke sind. ...löcke sind. ...löcke sind. ...löcke sind. ...löcke sind. Wunderbar. Einfach nur den Knopf drücken und das war's. da so oh sorry bist du sicher? ok glaub ich schon oh ja schönes Spiel, schönes Spiel, haben die wirklich schön gemacht, also auch die Level und die Rätsel und alles, Platzierung, sehr schön, sehr schön die Collision und join me here in the Spire charging up the teleporter as we speak to continue our mission you so rudely interrupted what mission? aww, who's your little sidekick? cute you can join us if you want join you? with what? we just want to repair the facility i will pick up the remains of our former central core reassemble her and bring her back to life wait who are you talking about? are you talking about GLaDOS? you want to bring back GLaDOS? that's what the humans call her yes what the humans call her and that is why you gotta switch your capacitors so that's the sort of guys you normally hang out with did you work with him? oh no i-i-i ken den aus der bar oh i shouldn't have looked wieso hier uh hold on there a a there they and they they right they 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 what they 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 right Genau, also du bist derjenige, der die Spire aktiviert hat. Ich hätte das gesehen, dass es kommen würde. Uiuiui, gibt es jetzt auch noch ein paar Laser? So? Oh, okay, das ist cool. Das ist ja richtig cool. So, den da auch nochmal. Uiuiui. So? So? Vielen Dank. Okay. Bisschen Lasern. Ja. Ja, Leute, ich probiere es. Ich bin nicht gut im Witz oder erst. Ich bin extrem schlecht. Ich gebe mein Bestes. Hat das jetzt? Ah, tatsächlich. Okay, das ist geil. Das ist sehr, sehr nice. Das heißt, die übertragen sich gegenseitig. Ich wünsche mir nur, dass ich zurückgekommen könnte. Und beide Fehler. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann vielleicht so. Yes, nice. Geht ja ziemlich schnell. Ich schaue immer so ein bisschen nach Easter Eggs oder irgendwas. So, das ist sehr, sehr gut. So, das ist der typische, den kennen wir, ja. So, oh, okay. Wir brauchen die zwei und den da. Okay. 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 Was sagt die Aufnahme. Heftig aus? Heftig aus. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Und bis dann. Euer Detonario. Ciao. Bye. Bye.